Weihnachtsaktion für guten Zweck Der Lengenfelder Hilfsverein Unterkarpaden sammelt zurzeit wieder fleißig Spenden für seine traditionelle Weihnachtspäckchenaktion. Das dabei eingenommene Geld schicken die Vereinshelfer schon seit 15 Jahren in den Südwesten der Ukraine. Vor Ort werden mit den Spenden kleine Geschenke wie Süßigkeiten, Mützen oder Schals für arme Kinder gekauft. Dadurch entfallen Zoll- und Einfuhrgebühren und das gesamte Geld kommt den Kleinen zugute. Unterstützt wird das Projekt von Wintersportler Pion Kircheisen und Entertainer Gunther Emmerlich.